Wir alle fühlen uns doch zutiefst betroffen, dass die Kette der Gewalt und der Terroranschläge kein Ende zu nehmen scheint. Was sich dort im Nahen Osten vor den Augen der Weltöffentlichkeit abspielt, ist ein deutlicher Anschauungsunterricht für die Ohnmacht und Verblendung menschlichen Handelns. Der Buddha hat gesagt, Gier, Hass und Verblendung sind die Wurzeln menschlichen Leidens. Er hat uns ganz auf uns selbst zurückgeworfen und uns aufgefordert, seine Aussagen am eigenen Leibe zu erforschen und nachzuprüfen. Wenn wir uns heute an ihn wenden könnten mit unserer Fassungslosigkeit über den Zustand der Welt, würde er uns fragen, habt ihr denn abgerüstet? Mit welchen Waffen verletzt ihr eure Mitmenschen? Seid ihr bereit, euer Waffenarsenal zu zeigen? Seid ihr bereit, eurem Nachbarn ein Stück von eurem Haus oder Garten abzugeben? Wie steht es mit eurer Toleranz und eurer Nächstenliebe? Ist Gewaltbereitschaft vielleicht auch in eurer Gedankenwelt zu finden? Der achtfältige Übungsweg, den Gautama Buddha, auch der Erwachte genannt, seinen Nachfolgern empfohlen hat, beginnt mit der rechten Erkenntnis von den geistigen Gesetzen unserer Existenz. Dazu gehört auch das Karma-Gesetz von Ursache und Wirkung. Um diese tieferen Zusammenhänge zu begreifen, müssten wir Vertrauen fassen zu Buddhas Aussage, dass es nicht nur diese Welt, also diesseits gibt, sondern auch jenseits. Also, es gibt Fortexistenz und es ist damit sinnvoll, etwas weiter zu planen als nur für den biologischen Lebenszyklus. Der fundamentale geistige Zusammenhang von Saat und Ernte geht also über dieses Leben hinaus und der Tod löscht einst begangene gute Tat nicht aus, geschweige denn die schlechten. Aus allen guten und schlechten Taten reifen dem Täter die Früchte heran, so wie wir es in diesem Leben schon beobachten können, so auch in weit größeren Zyklen späterer Leben. Nur mit diesem Hintergrund könnte man sich das Unbegreifliche dieser Geschehnisse im Nahen Osten erklären. Die gereifte Rechteerkenntnis führt zur Weisheit und würde weisheitliches und nicht mehr eigennütziges Handeln nach sich ziehen. Weisheit ist also das Gegenteil von Verblendung. Wir alle haben dieses Potenzial zur Weisheit mehr oder weniger verschleiert in uns. Ein Bodhisattva ist ein werdender Buddha, der die Welt unverschleiert sieht, also diese rechte Erkenntnis verwirklicht hat. Einem solchen geht das Herz auf in Liebe und Mitgefühl für alle Wesen. Ein Bodhisattva urteilt nicht mehr im Sinne von Freund oder Feind, weil er die gegenseitige Abhängigkeit durchschaut hat, sondern würde immer nach der Lösung suchen, die für alle, für die Gesamtsituation am besten ist. Die folgende Geschichte aus Buddhas Zeit mag verdeutlichen, dass unter bestimmten Umständen sogar Gewalt akzeptabel sein kann. Es gab einmal den Kapitän eines Schiffes, auf dem sich 500 Kaufleute befanden. Und unter diesen 500 war einer, der die anderen 499 Händler töten wollte, um an deren Besitz und Wohlstand heranzukommen. Der Kapitän aber war ein Bodhisattva. Er erfuhr von diesem fürchterlichen Plan und warnte den Händler davor, derartige Gedanken zu realisieren. Trotz mehrerer Warnungen hörte dieser Zeitgenosse nicht auf ihn, gab seine Pläne nicht auf, sondern feilte sie noch weiter aus. Da entschied sich der Kapitän zu handeln, um die 499 Menschen zu retten und die karmischen Auswirkungen des Mordes an so vielen Menschen zu verhindern, indem er diesen einen Mann tötete. So könnte Gewalt unter bestimmten Umständen, das heißt, wenn sie wirklich auf reinen Motiven beruht, angemessen sein, um die leidbringenden Handlungen anderer zu verhindern. Ja, es wäre von dem Bodhisattva als Mitwisser sogar selbstsüchtig gewesen, das Töten zuzulassen, um die eigenen Hände in Unschuld zu waschen. Es ist leicht zu erkennen, dass die gegenwärtigen Weltkrisen aus den drei von Buddha genannten Leidenswurzeln, nämlich Gier, Hass und Verblendung, entstanden sind und geschürt werden. In der Geschichte der Menschheit gab es aber auch immer wieder Beispiele von weisen Königen und Herrschern. Zu Buddhas Lebzeiten vor 2500 Jahren herrschte vorwiegend Frieden, nicht zuletzt durch seinen ganz persönlichen Einsatz. Entweder er bekehrte die verfeindeten Herrscher oder setzte sich selbst zwischen die Fronten. Solange er in einem bedrohten Land verweilte, gab es dort keine Überfälle. Vielleicht werden Sie nun, liebe Hörerinnen und Hörer, sagen, ja, das ist aber lange her. Oder Sie werden fragen, gibt es heute überhaupt noch Bodhisattvas? Ja, es gibt sie. Und, wie gesagt, der Quell der Weisheit ist in jedem Menschen angelegt. Jeder von uns kann diese Qualitäten in sich entdecken. Der achtfältige Heilsweg kann dabei helfen, Weisheit und Mitgefühl zu entfalten, um damit im Ernstfall die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Der bekannte buddhistische Mönch Thich Nhat Hanh, der diese Bodhisattva-Qualitäten voll zur Reifung gebracht hat, formulierte für seine Schüler 14 Übungswege. Wir möchten Ihnen, liebe Zuhörer, heute den Ersten und den Zwölften vorstellen. Dadurch können Sie einen Eindruck bekommen, wie die buddhistische Einstellung in unserer Zeit ist. Erster Übungsweg Aus Einsicht in das Leid, das durch Fanatismus und Intoleranz entsteht, will ich üben, keine Lehrmeinungen, Theorien oder Ideologien, einschließlich der buddhistischen, zu vergöttern und diesen nicht anzuhaften. buddhistische Lehren sind Hilfsmittel, um durch tiefes Schauen, Verstehen und Mitgefühl zu entwickeln und keine Dogmen, für die gekämpft, getötet oder gestorben werden sollte. Eine spirituelle Gemeinschaft sollte jedoch einen klaren Standpunkt gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit einnehmen und danach streben, diese Situation zu verändern, ohne sich in parteilichen Konflikten zu verlieren. Zwölfter Übungsweg Aus Einsicht in das Leid, das durch die Zerstörung von Leben entsteht, will ich Gewaltfreiheit, Verstehen und Mitgefühl entwickeln und Wege erlernen, das Leben von Menschen, Tieren, Pflanzen und Mineralien zu schützen, um Krieg und Konflikten vorzubeugen. Ich will üben, nicht zu töten, das Töten durch andere zu verhindern und über keine Form des Tötens hinwegzusehen, sei es in der Welt, in meinen Gedanken oder in meinem Lebensstil. Wir sehen, dass der buddhistische Ansatz beim eigenen Denken und Lebensstil beginnt. Es geht um die allmähliche Umerziehung des normalerweise in den Reaktionen von Anziehung und Abstoßung gefangenen Geistes bis hin zu einer Haltung, die nicht mehr Partei ergreift. Wenn die Entfaltung von Weisheit und Mitgefühl im Umgang mit allem Lebendigen geübt wird, kann auch im Ernstfall tatkräftig gehandelt werden. Die bekannte buddhistische Nonne Arya Kema hat es auf eine einfache Formel gebracht. Erkennen, nicht tadeln, ändern. Aber fangen wir damit bei uns selber an. Wir verabschieden uns mit dem buddhistischen Gruß Mögen alle Wesen Glück erfahren und die Ursachen von Glück. Mögen alle Wesen frei sein von Leiden und den Ursachen von Leiden. Mögen alle Wesen Vielen Dank.